Hallo, ich bin's, Theo Leo. Jetzt wird gebastelt. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Theo Leo Video. Diese Woche passend zu unserer Themenwelt Uhrzeit. Und zwar wollen wir gemeinsam mit euch auf Bärenjagd gehen. Denn schon in der Uhrzeit gab es riesengroße Bären. Dafür setzt euch gemeinsam mit uns auf den Boden und passend zur Rhythmusgeschichte wiederholt einfach unsere Bewegung. Und dann kann es auch schon losgehen. Der Refrain wiederholt sich nach jeder Strophe und damit beginnen wir nun auch. Wir wollen heute auf Bärenjagd gehen. Ich habe keine Angst. Schönes Wetter heute. Ich sehe viele Blumen. Oh, was ist denn das? Das ist eine Wiese. Wir kommen nicht oben drüber. Wir kommen nicht unten durch. Wir kommen nicht außen herum. Wir müssen mitten durch. Wir wollen heute auf Bärenjagd gehen. Ich habe keine Angst. Schönes Wetter heute. Ich sehe viele Blumen. Ein Sumpf. Wir kommen nicht oben drüber. Wir kommen nicht unten durch. Wir kommen nicht außen herum. Wir müssen mitten durch. Schwab, 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 schwab. Wir wollen heute auf Bärenjagd gehen. Ich habe keine Angst. Schönes Wetter heute. Ich sehe viele Blumen. Ich habe den Weg verloren. Kommt! Wir steigen auf den Baum und suchen die Bärenhöhle. Seht ihr sie? Ah ja, da. Dann können wir weiterlaufen. Wir wollen heute auf Bärenjagd gehen. Ich habe keine Angst. Schönes Wetter heute. Ich sehe viele Blumen. Psst, ganz leise. Wir wollen den Bären nicht wecken. Da, ich sehe ihn. Schnell zurückrennen. Den Baum hoch und den Weg suchen. Durch den Zumpf, Matsch, Matsch, Matsch. Durch den Berg, Grab, Grab, Grab. Über die Wiese rennen. Schnell ins Haus. Türe zu. Kopf runter. Und verstecken. Hat er uns gesehen? Uff, er ist nicht hinterhergekommen. Das war auch schon unsere Rhythmusgeschichte für euch. Unser Tipp, wiederholt diese ein paar Mal. Denn durch Wiederholungen können die Kinder nach kurzer Zeit schon ganz viel auswendig und die Bewegungen auch einfacher mitmachen. Spielerisch und ganz nebenbei machen eure Kinder bei dieser IT Erfahrungen rund um das Thema Rhythmus, Rhythmusgefühl und Körper. Sie können ausprobieren, wo und wie sie unterschiedlich ihren Körper einsetzen können, um erwünschte Geräusche beispielsweise zu erzeugen. Und ganz allein können sie das ganz bewusst beeinflussen. Rhythmus, Konzentration und die eigene Fantasie, das alles zusammen ist manchmal noch ein bisschen viel und in der Umsetzung gar nicht so leicht. Wenn also mal nicht alles gleichzeitig klappt, dann macht das natürlich überhaupt nichts. Gestaltet es einfach so, wie es für eure Kinder gut machbar ist und vor allem, dass ihr dann Spaß daran habt. Schön. Das war's von uns für heute. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß bei unserer Rhythmusgeschichte und schaut uns beim nächsten Mal wieder zu. Macht's gut. Tschüss. Das war's auch schon. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Klickt hier für weitere tolle Ideen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.